Musik Karanovic für Matis, die Schossen 2-0. Noch nicht vorbei, Matis. FC Basel ist unter Druck. Pulic mit dem Kopfball. Bürki, wieder Bürki. Zum zweiten Mal. Schulz, und wieder muss Bürki den Ball festhalten. Nächstes Holpi, was macht er? Bellarabi macht es selber und Bürki ist da. Diesmal ist er nicht im Abseits, Pengell im Lapper, stellt seinen Körper gut rein und dann hat er die Chance. Ob er definitiv auflaufen kann. Keine Offside, der Sonnera mit der Riesenchance. Ohne geblieben, wollte er verlängern. Dann der Schuss aus dem Hinterhals. Da viele von Salatic, und jetzt die Möglichkeit für die Young Boys, freie Ball. Kein Außenverteidiger auch auf der rechten Seite, eh, ist so. Und Bürki, klasse. Der Jungsplanke, nicht ungefährlich, der war stark von Bürki. Wir liegen ja. Wir liegen ja gefährlich. Dorka, Direktschuss. Und Bürki, nicht ungefährlich. Der Jungsplanke, der Jungsplanke, der Jungsplanke. Das ist ein Problem, der Jungsplanke. wieder alleine vor dem Torhüter und wieder scheitert er an Roman Döcki. Gianni beim Freistoß. Wieder kein Offside, Möglichkeit für Gabranovic, aber Bürki mit der Riesentat. Und da Kopf und Kragen rießt hier, als der Gezegoni. Dann Mathieu Bedroh, auch hier kein Offside, Dürmitsch, Postenschuss. Dem Torhüter Torhüter sind beweglicher, dynamischer, schneller, spritziger. Und hatten ihre Chancen und fasst das Happy End von Bürki. Super Mario Gabranovic, sich gira, Position regolare, Jaovic! Und die Möglichkeit zum Abschluss zu kommen und er war richtig gefährlich von André Schürrle. Bürki ist noch dran, es gibt den ersten Ecksturm. Das ist doch die Balla, Rikana. Balla für Gabranovic, attenzione, Sattelportire, na Bürki! Balla für 30, jetzt kommt der Valdowski, Sattelportire, und Sattelportire! Schattelportire! Dribbling, der Nummer 10, in conclusione, Bürki! Und der Mali, in der Interessante, in der Kontrolle, 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 in der Kontrolle! 2021, 2011, Kasami ist fertig! Das ist nicht schlecht! Und Bürki ist gerät vor ihm! Groß! Und Ramos! Und nochmal Bürki! Bei uns auf Teleklub, vorerst Janjatovic für den FC St. Gallen und Bürki! Muss Kopf und Kragen riskieren! Offenbar wollen wir es allerdings nicht verschreien, denn in diesem Derby ist vieles möglich! Gabranovic! Er kann phasenweise mit deinem Gegner mithalten, aber er kann ihn kaum schlagen! Skythorpe! Rose! Schiebt den Ballen, die beste Klasse gehalten von Bürki! Wir haben einen Rundlieue, zwischen Demain und Sattelportire, und Sattelportire! Der Tier von Macha! Schiebt den Ballen! Schiebt den Ballen!